Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht, dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Die geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen für vollständig Geimpfte und Genesene rücken näher. Eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung billigte heute der Bundestag. Stimmt morgen auch der Bundesrat zu, könnte die Regelung schon am Wochenende in Kraft treten. 8,6 Prozent der Deutschen sind inzwischen vollständig geimpft. Wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen. Könnte die Regelung schon am Wochenende in Kraft treten.